Dürfen Behörden mündliche Verhandlungen trotz Covid-19 durchführen? Und wenn sie das machen, an welche Rahmenbedingungen haben sie sich dabei zu halten? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhofer von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und zu der eingangs gestellten Frage hat der Gesetzgeber ein eigenes Gesetz erlassen, das verwaltungsrechtliche Covid-19-Gesetz heißt das. Und dieses Gesetz sagt, ja, das ist zulässig. Die Behörden dürfen mündliche Verhandlungen durchführen und wenig überraschend, man muss dabei einen Meter Abstand halten und man muss einen Mund-Nasen-Schutz dabei tragen. Da ist vielleicht schon ein spannender Aspekt dabei. Dieser Mund-Nasen-Schutz, der steht im Gesetz drinnen. Das heißt, das gilt mal, auch wenn der Gesundheitsminister für andere Bereiche sozusagen Lockerungsverordnungen erlässt. Die Behörde hat aber auch eine Alternative. Sie kann sagen, mündliche Verhandlungen vor Ort mache ich nicht. Ich mache eine Videokonferenz. Das ist jetzt eben erlaubt. Und zwar in unterschiedlichsten Konstellationen. Man kann vorher zum Beispiel den Sachverständigen zum Lokalaugenschein schicken, dann aber die mündliche Verhandlungen in Form einer Videokonferenz abführen. Und wichtig ist eben jetzt, dass die Parteien des Verfahrens auch das Recht haben, bei dieser Videokonferenz teilzunehmen. Sie sind allerdings von der Behörde auch zu fragen, ob sie das überhaupt können, ob sie zum Beispiel das technische Equipment dafür haben. Und hier ist ein relativ wichtiger Punkt, wenn die Parteien das nicht können, dann hindert das die mündliche Verhandlung nicht. Die Behörde kann die Verhandlung dennoch durchführen, muss dann aber später den Parteien die Möglichkeit geben, sich zum Verhandlungsergebnis noch entsprechend zu äußern. Noch spannender ist für uns Juristen die Frage, wie denn das jetzt funktioniert, wenn Parteien in so einer mündlichen Verhandlung eigentlich Einwendungen erheben sollten. Das ist ja normalerweise das gute Recht der Parteien. Sie erheben Einwendungen und damit bleiben sie quasi im Verfahren als Parteien drinnen, zum Beispiel die Nachbarn oder eine Umweltorganisation. Und da sagt das Gesetz, naja, entweder ihr könnt eh an dieser Videokonferenz teilnehmen, dann könnt ihr das ja dort machen. Wenn euch das nicht möglich ist, dann könnt ihr bei der Behörde das Begehren stellen, binnen drei Tagen nach der mündlichen Verhandlung dieses Begehren stellen, dass ihr dann eben nachträglich Einwendungen erheben möchtet. Dann ist die Behörde verpflichtet, dass sie der Partei die Verhandlungsschrift schickt und ihr die Möglichkeit gibt, binnen angemessener Frist eine nachträgliche Einwendung einzubringen. Die gute Botschaft ist also, mündliche Verhandlungen sind möglich, Videokonferenzen sind möglich und die Praxis zeigt, das wird von den Behörden auch bereits durchgeführt.